Von den Zahlen her ist er der erfolgreichste Bundestrainer seit Einführung der Drei-Punkte-Regel. Joachim Löw verzeichnete in 105 Länderspielen 71 Siege, 19 Unentschieden und 15 Niederlagen. Das sind 2,21 Punkte pro Spiel. Damit liegt er vor Berti Vogts und Jupp Derwall. Was ihm jedoch fehlt, ist ein Titel. Den braucht Joachim Löw unbedingt, um seine erfolgreiche Zeit als Bundestrainer zu veredeln. Seit seinem Amtsantritt nach der WM 2006 wurde er Vize-Europameister 2008, WM-Dritter 2010 und belegte abermals den dritten Platz bei der Europameisterschaft 2012 in Polen und der Ukraine. Vor der WM lastet ein enormer Druck auf den Bundestrainer. Die deutschen Fans sehnen sich seit Jahren nach einem großen Titel. Noch einmal im Halbfinale zu scheitern, wird man Joachim Löw wohl deshalb nicht verzeihen. Der Titel muss her. Dazu bedarf es Höchstortisziplin. Sonst war es vielleicht sein letztes Turnier als Bundestrainer.